Lars Stindl läuft ab der kommenden Saison wieder für den Karlsruher SC auf in der 2. Bundesliga. Das Gerücht bestand jetzt schon relativ lange, nachdem ja schon der Abschied von Stindl bei Gladbach bekannt gegeben wurde, da ja sein Vertrag ausläuft im kommenden Sommer. Und nun hat der KSC selbst es offiziell bestätigt. Er kommt zurück zum KSC, zu seinem Jugendverein, wo er seine Karriere begonnen hat, denn er möchte einfach nochmal in seiner Heimat spielen zum Karriereende hin. Er hat jetzt eben einen Einjahresvertrag dort unterschrieben für die nächste Saison. Und der KSC sagt auch ganz öffentlich, dass sie ihm danken für das Finanzielle entgegenkommen, weil hätte er das gleiche Gehalt wie bei Gladbach gehabt, dann wäre das bei weitem Abstand nicht möglich gewesen in der Kaderstruktur der Karlsruher. Aber er ist da eben dementsprechend entgegengekommen und verdient jetzt wohl weitaus weniger, wie bei Gladbach, was auf jeden Fall ein richtiger Ehrenmove ist. Wäre auf jeden Fall sehr schade gewesen, wenn es letztendlich am Finanziellen gescheitert wäre. Aber ich glaube, er hat einfach nochmal Bock, ein bisschen Fußball in der Heimat spielen, für seinen Verein da das Bestmögliche rausholen. Und ich glaube, er ist jetzt auch keiner, der auf das Finanzielle unbedingt drauf pocht. Stindl kann jetzt auf jeden Fall auf eine richtig coole Karriere zurückblicken. Beim KSC angefangen und da kehrt er jetzt zurück. Dann war er eben lange bei Hannover, lange bei Gladbach, auch Kapitän bis zuletzt. Und wird, denke ich mal, von allen Fans der Vereine, wo er war, geliebt. Auch ansonsten muss ich jetzt einfach nochmal betonen, ich blende euch mal seine FB Ref Statistiken der letzten 365 Tage ein. Er ist noch auf einem extrem guten Niveau. Also rein von seinen Qualitäten her, die er trotz seines Alters von 34 Jahren noch hat, sollte er eigentlich nicht in der zweiten Bundesliga spielen, sondern mindestens in der Bundesliga. Wir sehen es hier offensiv extrem stark in allen Statistiken eigentlich. Klar, nicht auf absolutem Top-Niveau, aber das kann man auch nicht erwarten von einem Spieler in seinem Alter. Auch gegen den Ball extrem stark. Sein Tempo war ja schon seine ganze Karriere lang eigentlich ein Problem. Das wird jetzt auch nicht zunehmen. Aber ich will ja jetzt gar nicht lang über seine Fähigkeiten reden, denn er wird den KSC auf jeden Fall enorm verstärken. Wird so von den Qualitäten her definitiv mit der beste Spieler der Liga sein. Und ich bin echt mal gespannt, wie er dann nächste Saison eingebunden wird beim KSC. Die haben ja ohnehin schon ein extrem starkes Mittelfeld an sich momentan. Mit Gondorf, Vanicek, zwei richtig gute Spieler nach vorne hin, aber mit Breithaupt auch ein Top-Talent auf der 6. Klar wird ein bisschen schwierig, den zu halten jetzt im Sommer, aber mal schauen, was die da nächstes Jahr so aufbieten können. Und ganz ehrlich, so wie es im Moment aussieht, würde ich persönlich sie schon so ein bisschen als Geheimkandidat für den Aufstieg tippen. Das hören die KSC-Fans jetzt vielleicht nicht ganz so gerne, weil man da eher ein bisschen bodenständig ist. Klar, verstehe ich auch als Freiburg-Fan, aber auf jeden Fall so meine Einschätzung von außen. Einfach ein cooler Transfer, selbst wenn es sportlich jetzt nicht so laufen sollte. Es richtet ja auch finanziell keinen Schaden an, da er eben die Gehaltseinbußen annimmt. Und dementsprechend cooler Transfer, Steig vom KSC, Steig von Stindl, dass er auf Geld verzichtet. Und viel Spaß in der nächsten Saison mit ihm. Das also soweit meine kurze Einschätzung zum Transfer. Ablösefrei von Lars Stindl zum KSC zurück. Was sagt ihr zum Transfer? Teilt ihr meine Einschätzung? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. So... 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 Vielen Dank.